Ja, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Nehmt euch zwei Sekunden, lasst ein Like da und somit unterstützt ihr natürlich dieses Video einmal komplett, auch im ganzen Rhythmus natürlich. Und ja, wir sind hier bei Blackford. Ich habe wirklich lange kein Video mehr gemacht und ja, ich dachte, ich mache jetzt mal wirklich mal ein Update, rede mal ein bisschen darüber. Und Blackford ist jetzt direkt vor der Tür. Das heißt, ab dem 11. März dieses Jahres wird das Ganze gelistet. Viele freuen sich schon. Ich freue mich definitiv auch, weil ich habe mittlerweile mit den Nodes fast 200.000 BXN Tokens erwirtschaftet. Und ja, der Token wird mit 0,02 US-Dollar-Cent gelauncht. Viele sagen wirklich extreme Preise wie 1 Dollar, 5 Dollar, 10 Dollar, 20 Dollar, 50 Dollar. Wir lassen uns hier wirklich mal überraschen, wo der Preis hingeht. Ich werde definitiv meine Tokens verkaufen. Meine Freundin ist hier definitiv auch nochmal mit rein investiert. Die hat auch fast 200.000 Tokens. Also die hat hier mitgezogen. Auch die Community hat hier mitgezogen. Da bin ich auch sehr begeistert, weil insgesamt haben wir ein Volumen als Community über 180.000 Euro hier drin. Also diese Line hier ist definitiv randevoll. Und ja, auch dafür alle, wo jetzt hier mitgemacht haben, seid gespannt auf den 11. März. Natürlich steht jetzt hier keine genaue Uhrzeit. Hier ist natürlich eine Uhrzeit mit Datum und alles. Aber ich bin mir nicht sicher, wenn das abgelaufen ist, wird es dann in diesem Moment gelauncht oder wird dann nochmal ein Countdown kommen, wann es dann gelistet wird. Also ich weiß es noch nicht. Wir lassen uns hier definitiv überraschen. Genau. Was haben wir hier noch? Die haben jetzt wieder was Neues. Die gehen jetzt halt Richtung Immobilien. Also ich habe mir das Ganze mal ein bisschen angeguckt. Ich bin es, ja, wie soll ich es sagen? Also Immobilien jetzt hier nochmal reinzulaunchen. Die haben noch nicht mal alle Notes verkauft. Aber ich himmel Gottes wird. Ist nichts Negatives. Ist rein tödlich positiv. Ich hätte es aber jetzt halt nicht mit den Notes jetzt nochmal hier reingeschmissen. Weil der Verkauf, sofern ich das gelesen habe, auch mit den Master-Kreditkarten, das läuft hier mittlerweile so schleppend, weil wirklich letztes Jahr so viel Misstrauen da war. Es wurde immer nichts gesagt. Wann wird es gelauncht? Wann kommt es? Und ja, auch hier hat sich definitiv der CEO sehr lange Zeit gelassen. Auch das ganze Team. Jetzt kommen sie mit Immobilien um die Ecke. Und ja, ich investiere definitiv erstmal nicht hier rein in diesen Pre-Sale. Also gibt es natürlich auch ein Pre-Launch natürlich. Hier kann man mit 2.500 US-Dollar einsteigen. Maximal mit 25.000. Also hier ist natürlich wieder viel, viel höhere Beträge. Und ja, dann könnte man hier auch in den Immobilien rein investieren. Ich lasse davon definitiv die Finger weg. Ich warte ab, bis der Launch kommt. Weil mittlerweile, viele sagen auch immer, Blackford sammelt rein theoretisch nur Gelder. Blackford hat aber auch gesagt, die möchten halt eine sehr hohe Liquidität hinterlegen auch noch. Das finde ich super. Umso höher die Liquidität ist am Ende, umso besser für uns. Weil so wird halt der Preis nicht sofort nach unten gedrückt, sondern eher nach oben gedrückt. Das heißt, dass wir dann, wenn der Token gelauncht wird bei 0,02 US-Dollar Cent, landen wir vielleicht bei 10, 20 US-Dollar Cent. Viele sagen auch 1 Dollar, 5 Dollar, 10 Dollar, auch 50 Dollar oder 100 Dollar. Aber das ist wirklich alles nur reine Zukunft. Es ist ein sehr großes Projekt. Ich bin hier schon lange investiert. Ich habe hier auch meine Nodes gekauft. Also ich habe hier meine Nodes. Und wenn wir da drauf gehen, können wir uns auch meine Nodes mal angucken. Hier sind meine Nodes alle gelistet. Ich habe jetzt meine MetaNamask Wallet auf dem zweiten Rechner hier. Aber ich möchte jetzt nämlich hier nicht verbinden. Hier kann man es auch sehen. Okay, jetzt haben wir hier 189.000. Nee, Moment. Hier stehen doch 189.861. Aber auf der Wallet ist reintrücklich mehr. Das sind 190.000. Muss ich gleich nochmal gucken. Passt aber. Mittlerweile habe ich wieder 52 US-Dollar. Also 52,5 Euro an Umsatz gemacht. Ich habe jetzt wieder 2.625 Tokens. Und ich lasse das erstmal. Ich sammle auch erstmal mit meinen Nodes. Und wer noch nicht dabei ist, wie gesagt, unten ist ein Link. Den könnt ihr gerne benutzen. Ja, es ist ein Affiliate-Link. Himmel Gottes Willen. Muss aber keiner benutzen. Ihr könnt auch einfach in Google reingehen und Blackford suchen. Und Blackford.network auch eingehen. Alles möglich. Ihr seid ja nicht verpflichtet. Dann könnte man hier auf Note kaufen klicken. Und dann haben wir hier. Man kann mit einer Note mit 100 Euro anfangen. Man hat dann 200 Dollar, 1000. Man hat 2000, 5000, 10.000. Geht aufwärts bis auf 50.000 Euro. Und hier unten sieht man auch nochmal, was man verdient. Täglich natürlich. Und ich habe natürlich hier oben mit kleinen Notes angefangen. Also ich habe hier unten in diesen Kategorien gar keine Notes genommen. Weil ich glaube, wenn die Notes aufgekauft sind, habe ich lieber mehrere kleine Notes in dieser Hinsicht. Weil wenn vielleicht ein Markt kommt, dass man halt die Notes wieder verkaufen kann. Wenn die Notes hier ausverkauft sind, macht es mehr Sinn, wenn man halt mehrere kleine Notes hat. Und das dann reintödig dann auch in diesen Shop dann anbietet. Aber ist es nur eine Vermutung. Weil wenn es ausverkauft ist, hat man ja rein tödig ja keine Möglichkeit mehr, BXN Tokens zu erwirtschaften. Aber ich schätze mal, dass dann hier irgendwas vielleicht auch nochmal kommt in diese Richtung. Daher habe ich lieber mehrere kleine Notes mir geleistet. Und ja, ich bin definitiv sehr, sehr gespannt, was hier rauskommt. Und wie gesagt, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Hier steht ja auch BXN Token 0,02 US-Dollar Cent. Und ich bin definitiv sehr gespannt, was hier passiert. Es ist jetzt nur ein Update-Video hierzu. Wie gesagt, 11. März 2024. Merkt euch das Ganze. Ich werde euch das nochmal einen Tag vorher, vielleicht auch nochmal eine Woche vorher, in die Telegram-Gruppe posten. Wer noch nicht dabei ist, unten ist der Link in die Telegram-Gruppe. Dann könnt ihr gerne dazukommen. Ich werde dann nochmal eine Woche vorher euch informieren, wenn der Launch kommt, nochmal einen Tag davor, dass ihr startklar seid, dass ihr definitiv auch verkaufen könnt. Bei mir ist es so, ich verkaufe zu 100% definitiv, wenn der Preis auch stimmt, sage ich jetzt mal. Und bei 0,5 US-Dollar Cent oder Euro reicht das mir auch schon aus. Dann werde ich schon mal einen Bruchteil verkaufen und warten, wo der Kurs weiterhin geht. Also ich werde es gestaffelt dann am Ende verkaufen. Weil am Ende habe ich auch so passives Geld, umso höher der BXN-Token auch geht, umso besser für uns alle, weil wir erwirtschaften durch die Nodes natürlich passives Geld weiterhin. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wie gesagt, lasst ein Like da. Das war jetzt nur ein kurzes Update dazu. Und wir sehen uns dann definitiv morgen wieder. Bis bald und bye bye.